Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hi, 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 hi. Okay, also... Ach, meine Lieben, wir haben noch ein bisschen... Jetzt vermisst du dich mal. Also, danke auf jeden Fall schonmal an die 30 Abonnenten. War sehr nice. Danke, so wenigstens kann, aber Dank. Okay, ja, heute machen wir ein Zehn Atem von Schülern. Zehn Atem von Schülern. Halt, halt doch mal die Klappe! Und, ähm, ja, diese Woche kommt eben Zehn Atem von Schülern. Und dann würde ich sagen, mal, let's begin. So, jetzt sind Zehn Atem von Schülern. Schülern! Ja, und... Okay, und... Ja... Ich bin der Lehrer heute und es ist Schüler und damit... Da ist der Kameramann! Da ist der Kameramann! Da ist der... Egal, ähm... Ja, wir fangen direkt mit dem Ersten an. Mit dem Ersten? Und dann würde ich sagen, let's beginn! Let's beginn! Der, der immer zu spät kommt. Alter, was kommt der nicht? Herr Lehrer! Entschuldigung! Der Bus hat dich verspätet. Ja, der Bus. Immer wieder der Bus. Ja, der Bus. Entschuldigung. Ja, der Bus war es schon mit. Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung. Der Akkuschüler. Ja, also, hallo. Heute wollen wir mal deinen Wissenstand testen. Lösen wir mal bitte die Aufgabe 3-2. 3-2! Seht so aus, als könnte ich 3-2 rechnen! Ich bin Gymnasium 10. Klasse! Jups! Ich bin da mal raus! Der sucht die. Lösen wir mal bitte die Aufgabe 9x9. Kannst du dich mal bitte auf den Unterricht konzentrieren? Ähm, leg mal bitte das Handy weg. Hallo! Hallo! Kommt! Nee, das Handy weg! Ah! Der Streber. Also, ich hab... Ich hab' ich mal ne Frage für euch, um euren Wissenstand zu testen. Wann wurde Shakespeare geboren? Ich weiß das! Ich! Ne, du bist! Okay, ich geh mal den Moritz. Hm, 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 hm. Okay. 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 Wenn es dich ganz entscheidend nicht weiß... Ach so, ja, Felix. Äh, 1320. Ja, genau. Der Schleimer. Hallo, Herr Lehrer! Ähm, ich hab' hier schon mal einen Pokal für Sie. Und noch einen. Die hab' ich gestern alle für Sie gewonnen. Und, ähm, hier noch die Pralinen von gestern. Äh, das wollte ich einfach nur ihr mal so als Dank, kleines Dankeschön geben, dass sie mich immer so nett dran nehmen. Und deswegen geht jetzt bitte von meinem Schatz runter. Ähm, ja, ist einfach nur so als Dankeschön. Nehmen Sie's an. Ähm, ja, Felix, äh, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ja, egal. Vielen Dank, ähm, du bist der beste Schüler. Dafür traue ich dich extra jede eine einzeln. Ja! Der, der immer müde ist. Ja, also ich hab' gerne eine Aufmerksamkeit für euch rausgesucht. Wer von euch kann mir sagen, was sieben minus drei ist? Äh, ja, Moritz? Warum schlaft ihr alle? Hallo, ähm, lass mal das nicht wieder anbelangst. Wer von euch kann mir sagen, was sieben minus drei ist? Ähm, sieben minus... Die Streitherne. Ähm, also wer kann von euch einfach nicht streiten? Nein, also nicht streiten. Lass mal bitte nicht. Oh! Der mit dem Hightech-Handy. Was willst du da eigentlich mit deinem Hightech-Handy? Das ist ja ein Hightech... äh, Felix, tu mal bitte das Telefon. Hallo, Mama! Hallo, Mama! Ja, ja, alles okay. Alles okay? Ja, ich muss jetzt leider auflegen. Ich nehme mir das, ähm, also ich nehme mir das ab und dafür bekommst du eigentlich verbeißen. Der, der immer raus ist. Also, ähm, wer von euch kann mir die Aufgabe sagen? 3 plus 8 plus 9 plus 12 plus 13, Klaver auf, minus sieben mal acht geteilt durch 13, Klaver zu, zwei, Klaver auf, eckige, Klaver auf, minus... Gott, ich bin aber raus! Ähm, warte, bitte! Der, der immer alles falsch hat und nichts checkt. Okay, fertig. Ähm, Moritz, was ist 3 minus 3? Ähm, 3? Ähm, nein, das ist leider nicht richtig. Ähm, das ist 0. Felix, was ist 5 minus 4? 9? Ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe natürlich, wie immer, es hat euch gefallen. Ähm, ich hab vergessen, eine Endkarte zu drehen. War immer wieder klar. Aber, ja, hole ich jetzt nach. Wenn's euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da und... Ich würde mich einfach nur machen, nochmal die Gedanken für euren krassen Support. Das ist so krank. Wir haben jetzt schon 36 Abonnenten. Und das geht einfach so schnell. Und, ja, wenn's euch gefallen hat, dann home eben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao! Ciao!